Wie eine Bamboss. Eine Bamboss. Wie eine Bumboss. Eine Bamboss, Junge! Alter, wo ist halt die Scheißverfinde? Alter, hier legt einfach mal eine Waffe mit Munition rum. Ja, ich würde auch hier jetzt hier in Daisy. Ich muss mal rauslassen. Echt? Aber eine Sportart ist doch sinnlos, oder? Eine Sportart ist kacke, oder? Die macht ja keinen Schaden, oder? War das nicht mal so? Gute Frage. Also ich habe auch für Hühnchen mehr als vier Schuss abgegeben und... Hier liegt nämlich noch so eine andere Reifel, aber ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen soll. So eine ICP, aber das ist eine Shotgun, also... Alter. Nee, Junge, äh, Reifel ist das. Riffel. Müssen wir sagen, übertrieben sechs Schritten, alter. Junge! Spindelein Cerno, alter! Hörst du, bist gleich in Cerno? Nee, warte mal, haben die jetzt, haben die hier irgendwas verändert? Also haben die die... Ja, Cerno ist komplett anders. Weil, da bin ich nämlich gerade in Valota. Weil, dorthin ist hier in die Hohenhäuse von Cerno und hier ist ein Airfield oder sowas in der Ort mit Zelten. Das haben die, glaube ich, verändert, oder? Jo, alter. Jo, alter, nice! Ich bin gerade auf dem Airstrip in Valota. Ja. Äh, komm mal auf meinen Server. Ich bin auf deinem Server. Jo, dann sehen wir uns gleich. Hey, aber das ist gerade ganz hinten am Airstrip, da wo das, ähm, wie hieß das, HTC ist, der HTC ist. Warte, da komm ich hin. Du weißt, wo ich mein, ne? Ja. Nee, warte mal, HTC. Oder wo die, ähm... Nee, HTC, nee, ich bin am Gefängnis. Ach, du bist ganz vorne? Ja. Ja, Gefängnis brauchst du dich reingucken, da ist überhaupt nichts drin. Oh, nö, dann geh ich wieder zum Zelten zurück, oder warst du da schon? Nö, ne? Gut, dann geh ich hin. Ich weiß immer nicht, was du für Zelte meinst. Ja, hier, die haben das alles sehr neu gemacht in Valota hier, das sah sonst anders aus. Ach, du kommst gerade von Valota Richtung? Ja, ich bin in Valota gespawnt. Ach, davon ist noch ein Gefängnis. Ja, ach so, hä? Ja, ich sehe, was du meinst. Ja, ja, ich sehe, was du meinst. Auf der anderen Seite am Anfang ist auch noch ein Zelt. Äh, nicht ein Zelt, sondern ein Gefängnis. Ich bin gerade in dem HTC, in dem, hinter dem, ähm, Gefängnis. Ist okay. Ach so, ich, wir sehen uns gleich alle, wir haben hier übel viel Glück. Ja, mein. Aber ich muss hier kurz gucken, ob hier was liegt. Da kann ich dir sogar wahrscheinlich ne Waffe geben. Ich weiß es aber noch nicht. Was ist das? Ach, nichts. Das ist ein Stock. Was ist eine Waffe, oder was? Nein, ich habe einen Stock gefunden. Du hast einen Stock gefunden? Ja, einen Stock, Alter. Und zwar, direkt in meiner Hose. Boah, aber der war ganz schön lang, hör. Ja, der ist ganz schön verfault hier. War ja so lange schon draußen. Verfault? Ja, ja, guck mal, ich bin hier schon seit 20 Jahren auf Suchen, am Essen. Mit meiner Alten hier. Die eigentlich ein Mann ist. Eigentlich? Ja, der ist wahrscheinlich mit dem Stock selbst befriedigt, Alter. Ne, aber mit der Sporteur hier hat sie sich selber gegönnt. Den Lauf reich geschoben. Gönnt ihr immer. Die in Schaft, Alter, in Schaft. Junge, ein Lauf wäre doch langweilig. Vagina Dehnung auf höchstem Niveau. Das ist keine Dehnung, das ist eine Erweiterung. Kommt noch ein zweiter dazu. Junge, deine Mutter ist so fett, die kriegt keine Magenwand, die kriegt jetzt wedes Arschloch. Ne, gut, aber schlecht. Alter, hier ist ja gar nichts, warum? Die ist ja gar nichts. Hier ist ja gar nichts, aber. Ich muss aber über deine Winzer lachen. Ja, die sind ja geklaut. Das war ja nicht von mir der. Das Schlichte. Oh, komm mal hin. Hallo, hallo, Kinder, mein. Warte mal, wie ging das? Die Ding, das? Ist schwarz, Junge. Ja, ne, die ist Mulatte. Hier. Muschi. Willst du ne Macauro? Die leer ist. Warte, 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 warte. Ich hab aber die Pfiffigkeit noch für dich mit. Wie kann man jetzt unten was in die Leiste legen? Ach, jetzt, warte, ich hab's. Warte. Brauchst du irgendwas? Also Essen hab ich nicht, aber Screen hab ich. Oh, ich muss noch mal nachladen. Äh, warte mal, ich hab hier was Schönes für dich. Ach so, der steht schon. Loin, Alter. Was ist denn los, Alter, mach mal. Äh, guck mal auf den Boden, guck mal auf den Boden, buddy. Hau ich grad die Muni raus oder so? Ja, da liegen mir viele Eise. Was machst du, Junge? Alter, ich weiß gar nicht, wie das geht hier. Guck mal auf den Boden. Äh, die sind alle Inseln oder was? Wo ist denn das Scope her? Wo hast du denn das Scope auf einmal her? Äh, das hab ich mitgenommen gehabt. Ey, das kann ich oben drauf machen. Kannste drauf ziehen. Nice. Aber guck mal, wenn ich hier die ganze Zeit nachlade, dann fliegen die alle raus. Guck mal. Warum, Alter? Geht da immer nur ein Schuss rein? Ich hab glaube noch... Nee, Scheiße, ich hab das Magazin nicht dafür. Ich hatte vorhin ein übelgroßes Magazin, aber das ist weggebackt. Warte mal, wo ist denn das Magazin? Das hab ich gerade in der Hand. Ich musste mal alle wieder reinballern. Boah, geht das nicht? Ich tu die gerade zusammenwürfeln? Ja, mach mal bitte. Ich tu dir mal das Magazin. Alter. Dummständlich. Ich brauch mal einen Rucksack oder so, damit ich das machen kann. Rucksäcke gibt's hier nicht. Ah, hier gab's übel viele Rucksäcke. Ey, du hast einfach mal 19 Schuss. Scheiße, Waffe. Ey, das sind 20. Ich hab ne, warte mal, wie kann man das laden jetzt, wie jeden das? Äh, jetzt schieß es aus dem Magazin. Hier liegt schon wieder ein Schuss. Hier liegt schon wieder ein Schuss. So, jetzt hab ich eh nur 20... Wieso liegt der Schuss? Ich weiß gar nicht, wie man schießen kann. Indem du schießt? So, pass mal auf. Warte jetzt, ich kann man immer nur einen Schuss laden bei dem Ding. Ich mach, ich drück einfach mal 2. Dann nehme ich mal den schönen Magnum. Boah, das ist größer. So, jetzt ist er leer. Jetzt hab ich nachgeladen? Ja. Voll. Okay, die hat doch mehr... Ja, ist reicht, komm. Weil, wenn man sich das anguckt, ne, das sind einfach mal... ...irgendwie 5 Schüsse, die dort auf dem Boden liegen. Aber wenn du da aufhebst und aufhebst, ist bloß einer. Ist hier noch irgendwas? Gehindert. Nein. Ja, lass mal nochmal rüber nach Gelbaloda gehen. Oder lass mal nach Ciano gehen. Na, ich wollte ja eigentlich hier vom Ersttrip aus nach Noten laufen. Ne, lass mal nach Ciano gehen. Brauchst du was zu trinken, zu essen? Ja, ich brauch was zu essen. Ja, ich brauch was zu essen. Aber ich bin Philly stuffed. Really stuffed. Mein letztes Essen. Ich muss auch noch was essen. Ich trink erst mal. Was war denn deine Nachricht? Hast du schon aufgenommen ins Essen? Ja, ne, wir wussten das. Ernst jetzt? Ne, ich hab hier nichts. Wow, da liegt schon wieder ein Schuss. Aber es Essen ist weg. Kann ja gar nicht sein. Doch hier ist irgendwas. Warte mal. Ah, hier ist Bagot Beans. Ah, ich kann die nicht aufnehmen. Ah, da liegt das auf Corona. Scheiß Flair. Scheiß Flair haben wir weg. Sauerkerschen. Was war das letzte? Sauerkerschen. Wollen wir nach Ciano gehen? Ja, ja, können wir machen. Da ist eh Oli. Okay, tschüss. Brauchst du ne Gasmaske? Aus der Gasmaske? Hier, schenke ich dir. Guck auf den Boden. Wurde. Wurde. Jawohl, mir sieht so irgendwie geil aus. Nehmei den Mundschuss. Ich soll den Mundschuss anziehen? Warte. Ja. Geil. Zieh mal die Pampers an. Hä? Habe ich die bei dir auf? Ja klar. Hä? Bei mir habe ich die irgendwie nicht auf. Guck mal in die Kamera. Screenshot. Schade. Pampers. Ja, das sieht aus wie ne Pampers. Gib's zu. Minimal, ne? Also wieder auf jetzt nach rechts hab ich gehört. Ja, renn gegen den Zaun. Hä? Hä? Der war noch nie ein Zaun. Hä? Doch. Der war schon immer hier. Loll. Aber der hatte immer ein Loch. Ja, hier vorne. Hier. Huhu. Hier ist das Loch. Ne. Genau daneben. Oh ja. Wo rennst du hin? Nach Hause. Nach Hause. Ey Junge. Alter, ist ganz nett. Was hast du denn für ne Waffe? Kannst du mal bitte dein Whatsapp leiser machen? Jetzt darfst du dreimal raten was ich für ne Waffe hab. Die so laut ist. Es ist eine Pistole. Ist das eine Pistole, die so laut ist? Ja. Die magnum Ich habe vorhin schon wie über 100 sind ja alles alles so neblig das ist ja voll doof Und vor allen dingen wo bist du denn jetzt genauso wie in deiner mom Ich werde immer zurück gesetzt dass du dumm bin Das ist gerade nicht nach cern oder es wie mit einem mit einer klassen stufe doch ich los immer zurück gesetzt ich Lauf übrigens nach cerno Ja Doch klar ja nur es weiter rechts Du hast doch gar keine ahnung wenn ich noch zu den hof häusern Ja das ist die stadt darüber ja die gehört aber zu cerno weil cerno hat vier teile Ach so cerno wurde komplett anders gemacht noch echt jetzt ja komplett anders die ist nicht mehr so wie es mal war Übel anstrengend wird er Ich habe mich schon verlaufen Wow Pass auf ich weiß schon Ich war gerade direkt hinter dir ne jetzt bin ich wieder am Flugfeld Ja Ja Warum wegen deiner Verbindung weil die nicht so schlecht ist weil du nebenbei wieder Pornos downloadest Ja das auch Ja 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 jetzt ist die Sicht besser jetzt ist nice Jetzt kannst du mir an der Kugel lutschen Lass doch den Kopf nicht hängen Kali du bist ein Schwein Nein Nein Alter Hut Ich bin ein kleines Schwein Und ich weiß Ein kleines Bummi Ich weiß Und ich weiß Ich weiß Hallo liebe Leute Lass dich Hallo liebe Olli Du bist ganz schön schwul Der Kali, der hat 12 geschlagen Ja, du würdest niemals 12 schlagen, oder? Der Yannick hat gemeint, er dachte, wir spielen CS damit er mitspielen kann Der Army Yannick Oder der Siege holen Nee Noch so'n Spaß, denn der Siege vertrage ich nicht Ja Obwohl, Yannick ist schon ganz in Ordnung im Gegensatz zu dir Was soll das heißen? Was soll das heißen, was das heißt? Alter, ein Rucksack, ein bisschen groß LOL Einfach ein Mountain backpack und da ist auch noch was zu essen drin Ja, ja, ach so, in Sachen ist jetzt auch Essen, in Hosen, Jacken Was ist ein Lockpick? Kannst du in Autos knacken Okay Ja, und Autos gibt es jetzt auch übel viele Echt? Zum fahren? Naja, übel viele Alter, wer macht denn hier so dämliche Geräusche? Hör mal auf den Ja, Olli, weil der behindert ist Ja, hör mal auf den Kack Junge, Olli, ich ficke deine Mutter Alter, hier legt einfach eine Magnum rum LOL Ey, brauchst du Munition? Ich hab genug Natürlich Also ich hab noch, glaube, jetzt irgendwie 44 Schuss Hier legt nochmal Was muss ich wohl bist? Cream Beanie Welche Farbe Welche Farbe Welche Farbe Welche Farbe ist das? Das ist ein kleben Pimmel, Alter Ja, das sagt ja der Richtche Ja, ne? Tim Muss ich mir da Gedanken machen Immer Ich glaube Ich glaube Es ist echt immer so, oder? Am Anfang machen wir uns erstmal richtig dumm Immer so, wenn wir zocken Ja, derjenige der hier anfängt anfängt dumm zu machen, bist du, ehrlich gesagt Nein! So Nein! Doch Nein! Doch Nein! Wie klinge ich denn eigentlich? Warum ist denn hier nichts im Einkommensladen, Alter? Wie ein kleiner Spasti Was, was hast du gesagt? Im Einkommensladen ist gar nichts drinne Ne, ne, ne Das ist jetzt hier irgendwie scheiße Quatz kalt Ja Ding ist denn Mikrofon wehensig? Beschissener als davor Echt? Finde ich persönlich, ja Setze das Ding nochmal auf, Junge Mach das Ding auf, hä? Wie geht denn das? Oh, ich komme hier nicht drauf, ey Ach, jawoll Nein, ich vergesse, das wäre eine Glock gewesen Fuck it Ja, und hier liegt einfach mal eine CR 75 Carbine Ne, äh CR 5 27 Carbine Wie kriegt man das Essen auf? Glaublich Bist du das gewesen? Ja Ich habe so eine Carbine gefunden Die ist jetzt leer Auf dem Boden Ich schieße immer mal ein bisschen rum, wenn ich so eine Carbine finde Oder Eine Sporter Oder Ich habe eine Clumpet Ich habe einen Clumpet Ich habe einen Clumpet gefunden Ey, wo bist denn du überhaupt? Im Wintergarten von der Angelo Merde Angelo Merde Angelo Merde Ich bin hier oben irgendwo Aber wie soll ich das sagen? Ich bin auf dem Parkplatz quasi Äh, da der ganz vorne an der Ecke ist, ne? Oh, geil! Eine Coca Coca-Cola 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 Nicht im Kofferraum, Alter Was denn das? Ich habe schon eine sehr gute Idee, ne? Wenn du von Coca-Cola responsiert werden willst, immer schön Coca-Cola erwähnt Ja Coca-Cola ist das Beste Aber es ist von scheiß Amerika und deswegen sauf ich es nicht Ja, ne? Iba-Fita-Cola Das sind alles Kapitalisten-Schweine Ja, am besten Am besten ist immer noch Vita, ja, das stimmt Ja, ist halt Ostprodukt, ne? Ja, Ossi-Ware Sauerkörsch Schnauze Genau, Sauerkörsch Schnauze Schnauze Hier, ich brauch mal irgendwas um meinen Dosen zu öffnen Ich hab nen Dosenläufer, ne? Das war doch kein Niesen, Junge! Das war... Was wiss ich? Hatschi! Wo war das denn Niesen oder was? Wo bist denn du? Wack, dass er ein Fisch mag Genau Wollen wir uns mal krank aus? Wieso ich krank aus? Wieso ich krank aus? Wieso ich krank aus? Krankenhaus? Hier gibt's so viele Häuser Krankenhaus, Trassen Krankenhaus? Wo ist denn das? Ja, man musste mal suchen Sehe Und wo der Bus ist? Ich sehe, glaube, ist Krankenhaus Ja, ich bin davor Ja, ich komm von hinten Das ist ein Bus Ja, das bin ich gewohnt von dir Von wegen man findet wenig zu essen Ich hab schon richtig viel gefunden Ja Da Ja Da bist du, da bist du Gib mal bitte einen bloßen Öffner Bist du nur? Okay, bleib stehen Bleib stehen, Alter Ja Oh, du sollst stehen bleiben Ich bin doch stehen geblieben Jetzt hab ich dich verloren, Mann Äh, brauchst du einen Chestholder? Ja Da, Chestholder Ja, ich brauche Was ist denn das? Ja, hier drüben Jetzt chestholder Das ist so, dass du kommt, Christine Das ist schön Meines Damaged Wie kann ich den aufnehmen? Nehmen den einfach auf deinen Tybizis Ah, okay Und jetzt kannst du ein helleschen Magnum oder was du hast reinziehen Genau Und jetzt legst du hier noch ein paar Schuss hierher Jetzt brauche ich noch einen Flaschenöffner Warte, hier guck Das sind deine Schuss, die hier unten liegen Ja, warte Okay Ja, nice, nice, danke So Und 30 Stück sogar Eine Flaschenöffner brauchst du? Flaschenöffner hab ich nicht Nee, Dosenöffner Nee, Dosenöffner Warte, hier Ich, äh, das ist auch mein einziger Also ich brauch die wieder, ne? Der Spatly Damage, Alter Warte, 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 warte Ich gebe dir gleich Das Spatly Damage, den kannst du behalten Äh, wo ist denn jetzt? Hä? Ich brauch mal was zu essen Liegt hier unter dir Da Hier 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 liegt da Werde die Damage, das geht trotzdem Warte, warte, warte Ich brauch was zu essen Warte, ich öffne dir gleich was Wird das Essen jetzt schlecht, wenn man es geöffnet hat? Nee, nee Ich muss eh jetzt was essen Ja, hab ich, ich hab dir gerade Warte Und geht das nicht, kann ich das nicht droppen? Kann ich das nicht droppen? Da war liegt Jetzt hier liegt's, hier liegt's Danke Alter Alter, wir hier beide reinschnurrzen Ist das alles auf einmal oder ist das einzeln? Ich hab das alles auf einmal reingeballert Ich bin grad nicht mehr hungrig, deswegen tue ich mir das wieder hier rein Ey lois, steht's zu gut Es steht's zu gut da, wie viel Streichhölzer noch übrig sind bei so ner Matchbox Wir hatten das Wer hat denn das letztes gefahrt, was ne Matchbox ist? Ne Ne, ne Streichhölzschachtel ist das Nicola Ah, Nicola hat letztes gefahrt, was ist ne Matchbox, nicht so ein Auto Ja, ein Auto und ne Streichhölzschachtel noch Ja, und ich hab die ganze Zeit schon gesagt, Streichhölzschachtel Ja, wenn der das mal, wenn der mal auf Dings geklickt hätte, auf äh Wie heißt das? Information oder so, was da immer steht Wo der sich das mal anguckt, dass der Type da, dann wird das dann näher herangesoomt, das Bild Dann hättest du das ja gesehen, dass das innen ist Safe not, Alter Wer legt ein Buch? Ulysses Kann man das lesen? Bist du hochgelaufen? Nö Ich bin im Bus Fisch, geh mal Ich muss im Bus Der Bus ist nämlich kaputt Oh, Tim, du hättest das vor uns erleben müssen Was? So, Kalli ist in so nem äh, äh, polizeirevier drinnen Ich glaub so Auf einmal kommt von rechts ein Zombie an, weil ich so, alter, ich hör grad was Ja Wer ist denn der was denn? Ich so ne, es klingt wie jetzt so Wie immer kam der mit der Ecke ran Ich so, er wird's hochgestirbt Zu Kalli, ich so, scheiße, scheiße, scheiße Der Rebooter Kriegt erst mal eine verpasst Und ich hab mich bis hoch gerettet, weiss Und Der macht unten erst mal die ganze Arbeit Das fand ich übens geil Naja, so, so wie es gehört Na? Immer der Kleine, ne? Ja, immer, erstmal die Schwachen vorschicken Damit die Starken überleben Genau Deswegen ist Oli weggerannt Naja Ja, ja, nur Ja, ja, nur Das ist Von wegen Stark Mr. Pussy Ähm, du musst mal dein Blut testen, Timmer Warum denn? Ich hab hier Blattest-Kit Ja, wozu? Ja, damit wir uns gegenseitig Blut geben könnten Außerdem hab ich Salinbeck zwei Stück mit Wenn ich Blutspenden gehe, dann mit einer Knarre und einem Eimer Voll Mit Zombies, ne? Mit Zombies im Schleppter Braucht man ein Seil für irgendwas? Ein Seil? Ja Oh, hier, ich hab mein Puttermesser gefunden Äh, Steakmesser ist es Steakbar Steakmesser Wo bist denn du? Ja, im Krankenhaus Hä, immer noch? Ja, ne, das ist ja, ne, du bist gerade in der Schu- Ne, warte mal Ne, du bist in der Schule Ja, genau, ich hab's verwechselt Aber jetzt geh ich gerade irgendwo woanders hin Hä, du bist jetzt nicht mehr in der Schule Du bist jetzt nicht mehr in der Schule Muss man eben für kleine Mädels hier Die Schule ist das da, wo das Treppenhaus so offen ist, ne? Ja, könnte man meinen, ja Oh, hier sind aber ein Balkon eingestiegen Die ganze schöne, die ganze schöne Balkon-Tür ist futsch Was machen wir jetzt? Was? Warte mal ab jetzt Die Balkon-Tür ist futsch Scheiße, Alter, ich muss Nee, oh, jetzt muss ich einen Fensterbauer anrufen Oh, nee Wie du einfach immer abhaust, ne? Guck Guck, guten Doppel, den Pfannen und alles ist ja